Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 15. Stefan Eschke hat ja letzte Woche sehr schön die Verse hier ausgelegt und uns nahegebracht. Wir freuen uns, dass wir sehen können, dass Gott unsere Brüder ausrüstet für den Dienst. Wir wollen auch möglichst bald eine Versammlung oder einen Gottesdienst machen, wo wir unsere neuen Ältesten auch einsetzen wollen. Wir haben sogar auch, uns ist auch eine gewisse Tür geöffnet. Es gibt eine Gemeinde hier in Hannover, mit der wir auch in Kontakt stehen, die einen sehr großen Gottesdienstsaal haben und schon signalisiert haben, dass sie uns den Saal auch mal für einen Gottesdienst überlassen. Und da können 180 Personen unter Corona-Bedingungen sozusagen sein. Und das wäre so richtig schön, da könnten wir richtig als ganze Gemeinde zusammenkommen. Das werden wir jetzt aber die nächsten Tage erst mit denen besprechen können, weil die im Urlaub jetzt gerade sind, die Leiter. Und da geben wir euch auch noch mal Bescheid zu. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass Gott beruft und dass Gott ausrüstet. Und das sehen wir bei unseren Brüdern, da sind wir ganz froh und dankbar darüber, dass Gott eigentlich auch das bestätigt, was wir auf dem Herzen haben. Und ja, ich möchte anknüpfen an den letzten Vers, den Stefan vorgelesen hat. Das ist in Sprüche 15, Vers 22. Und Stefan ist auf das Wichtigste schon eingegangen. Aber ich hatte irgendwie auf dem Herzen, es doch noch mal ein bisschen weiter auszuführen, was das für uns konkret und ja, was das im Praktischen auch bedeutet. Und werde dann noch ein paar Verse weitergehen. Wir starten mit Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Die erste Hälfte vom Vers spricht da von einem Menschen, der eigenwillig ist. Ein Mensch, der keinen Rat braucht. Ein Mensch, der unbelehrbar ist. Und so oft wird in den Sprüchen davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir ein Herz haben, ein Bereitsinn zu lernen, Bereitsinn auf etwas einzugehen, was uns gesagt wird. Insbesondere auf das, was Gott uns sagt, aber auch was Gott uns lehrt durch diejenigen, die Gott uns gegeben hat als Lehrer, als Erzieher, als diejenigen, die uns unterweisen. Und das sind zuallererst unsere Eltern, dann aber auch Menschen, die uns als Führungs- und Leitungspersönlichkeiten von Gott gegeben werden. Und Stefan hat aber ganz richtig gesagt, das Entscheidende ist in diesem Vers ist, es geht um Rat und es geht um einen Ratgeber. Und uns wird gesagt, dass Gott einen wunderbaren Ratgeber gesandt hat. Stefan hat Jesaja 9 vorgelesen, wo uns gesagt wird, dass uns ein Kind gegeben ist. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist geboren. Das klingt so nach Weihnachten. Und es ist das großartige, das großartigste Weihnachtsgeschenk, das es gibt. Mitten im Sommer kannst du es empfangen, kannst du es aufmachen. Dieses wunderbare Weihnachtsgeschenk, es gilt dir heute, wenn du es noch nicht empfangen hast. Und wenn du es empfangen hast, darfst du es wieder und wieder auspacken, darfst dich daran erfreuen, an diesem Weihnachtsgeschenk. Es ist Jesus, es ist der Sohn Gottes. Und er ist der wunderbare Ratgeber. Warum? Weil er auch der starke Gott ist, der ewige Vater, der Friedefürst. Er ist Gott selbst. In Jesus siehst du den Vater, siehst du Gott. Er ist eins mit Gott. Und Gott hat uns diesen wunderbaren Ratgeber gegeben. Warum? Weil wir keinen Rat wissen. Weil wir keinen Ausweg sehen. Weil es uns an Rat mangelt. Weil uns Weisheit fehlt. Weil wir in unserer Beschränktheit, wenn es darum geht, unser weiteres Leben zu gehen, wir wissen nicht, was morgen ist. Aber wir tun so. In unserer großen Weisheit wissen wir ja schon alles. Und wir wissen, was wir für Entscheidungen treffen müssen. Und wir, dann treffen wir unsere Entscheidungen, wie wir unser Leben leben, wie wir unseren nächsten Tag gestalten. Und wir tun das in großer Hochmut, als ob wir wüssten, als ob wir Bescheid wissen, als ob wir keinen Ratgeber brauchen. Gott sagt uns hier, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wenn du nicht zulässt, wenn du nicht bereit bist, demütig zu werden und zu sagen, ich brauche Rat. Ich brauche Wegweisung. Ja, du bist vielleicht in deinem Herzen sicher. Aber ich sage dir, du kannst, einen guten Rat kannst du immer noch gebrauchen. Und sei es, dass es eine Bestätigung ist, für das, was du dir so gedacht hast. Kann doch nicht schaden, sich Ermutigungen zu holen, Bestätigungen zu holen. Und wenn du dir Rat holst und derjenige dir klar macht, dass das, was du dir überlegt hast, völlig falsch ist. Dass dir jemand sagt, hey, du bist auf dem falschen Dampfer, du bist hier auf dem Holzweg. Mensch, umso besser. Ich muss nicht so einen blöden Fehler machen. Es kann doch eigentlich nur gut sein, sich guten Rat zu holen. Jetzt sagt man aber natürlich, klar, ich hole mir irgendeinen Rat, das kann ja auch ein falscher Rat sein. Gibt ja auch falsche Ratgeber. Guter Rat ist teuer, sagt man, aber es ist eigentlich wertvoll. Guter Rat ist wertvoll. Ist nicht so leicht zu finden. Aber Gott sagt uns in seinem Wort, dass Jesus der wunderbare Ratgeber ist. Warum? Weil er voller Weisheit ist. Er ist der Sohn Gottes. In ihm ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes durchdringt die Tiefen der Gottheit. Er durchdringt aber auch die Tiefen der Welt. Ich habe gestern Psalm 139 gelesen. Da zeigt uns David, da wird David offenbar durch den Heiligen Geist. Gott kennt ja alles. Er kennt ja alle meine Gedanken. Er weiß ja schon, was ich sage, bevor ich es ausspreche. Er weiß alles. Er durchdringt alles. Er ist auch überall. Wenn ich irgendwo hinlaufe, irgendwo weglaufe, da ist er auch. Ich kann gar nicht vor Gott weglaufen. Gott weiß alles. Er ist überall und er ist mein Schöpfer. Er hat mich geschaffen. Als ich noch klein war, so klein, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann. Als ich noch so ein kleiner, nur so ein paar Zellen war, im Bauch meiner Mutter. Da hat er mich gesehen. Nicht nur gesehen, er hat mich geformt. In seiner Weisheit hat er mich gemacht. Er ist dieser große, unfassbar große, herrliche Gott. Ich kann ihn gar nicht begreifen. Guck mal, und dieser Gott sagt dir, komm, ich gebe dir Rat. Also einen besseren Ratgeber kannst du doch nicht finden, oder? Warum solltest du dir nicht von ihm Rat holen? Warum solltest du dir nicht, wenn du schwierige Entscheidungen zu treffen hast, Entscheidungen darüber, wie du dein Leben lebst, in welche Richtung du gehst, warum solltest du ihn nicht zu Rate ziehen? Warum solltest du dich nicht mit ihm besprechen? Wäre doch völlig hirnlos, das nicht zu machen, dieses Angebot nicht anzunehmen. Ich will dein wunderbarer Ratgeber sein. Lass dir Rat geben. Und dieser wunderbare Ratgeber, er sagt, ich bin das Wort. Er ist das Wort. Und das Wort ist der Rat, der Ratschluss Gottes. Und er hat uns sein Wort gegeben. Und er hat es uns gegeben, es ist nicht aus dem Himmel gefallen, in dem Sinne, dass es irgendwie so mal aus dem Himmel herabgeschwebt ist, sondern er hat es durch Menschen gegeben. Wir haben vorhin von Hannah gehört. Er hat durch Menschen gesprochen, durch Propheten. Und er selbst ist Mensch geworden und hat seine Worte als Mensch gesprochen. So hast du viele Ratgeber, wie das Wort hier sagt. Wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Du hast hier 66 Ratgeber. Manche gehen los und kaufen sich einen Ratgeber, weil sie irgendwie sich orientierungslos fühlen, was zum Beispiel, was weiß ich, ihre Pflanzen auf dem Balkon angehen. So, den grünen Daumen. Ich habe nicht den grünen Daumen. Anstatt irgendwen zu fragen, der sich damit auskennt, gehen Sie in die Bücherei oder in den Buchladen und kaufen sich einen Ratgeber. Und dann lesen Sie dieses Buch und verinnerlichen das und richten Ihr Handel nach diesem Ratgeber aus. Und wenn das richtig ein guter Ratgeber ist und es gut klappt und man das richtig gut umsetzen kann, dann erzählen Sie auch allen anderen von diesem Ratgeber. Weißt du, du hast ein Problem, dann gehst du bei dem auf den Balkon und siehst, die Pflanzen sind völlig irgendwie, irgendwie neigen sich alle, sind alle hier gelb und so, vertrocknet und so. Ich sage dir, du, du musst mal dieses Buch lesen. Ich kann dir sagen, wie du deinen kleinen Garten hier auf dem Balkon, wie du den richtig in Schuss bringst. Ich weiß es, ich habe es gelernt, ich habe es verinnerlicht, ich habe es selbst angewandt und ich kann es dir weitergeben. So sind doch die Leute. Ich meine, das ist ein harmloses Beispiel, oder? Aber Menschen machen das ja auch in allen möglichen anderen Bereichen. Auch bis ins Spirituelle hinein. Die gehen hausieren mit ihren Ratgebern, mit ihren Gurus, mit ihren Lehrern. Aber wisst ihr, wir haben einen Ratgeber und das ist nicht nur ein Ratgeber, das sind 66 Ratgeber. 66 Bücher hat die Bibel. Hast du sie schon studiert? Den Ratgeber für dein Leben? Hast du sie zur Rate geholt, zur Besprechung deines Lebensweges? Mach das. Da kommt etwas zustande. Das ist die Verheißung. Du wirst dein Haus bauen und das sagt Jesus doch, das Haus auf dem Felsen. Das Haus, was dann standhält, wenn der Sturm kommt, wenn dein Leben gerüttelt wird. Im Moment läuft alles klasse, alles super. Ja, ich kriege mein Leben schon hin. Aber dann kommen diese stürmischen Zeiten. Du weißt noch nicht, wie sie in dein Leben kommen werden. Und dann ist es gut, wenn du dein Haus auf dem Felsen gebaut hast. Wenn du deinen Ratgeber studiert hast. Wenn du das verinnerlicht hast. Viele Ratgeber. Wisst ihr, es geht in diesen vielen Ratgebern nicht darum, viele Meinungen einzuholen, sondern es geht darum, den einen Ratgeber, den wunderbaren Ratgeber zu hören. Aber dieser wunderbare Ratgeber spricht durch viele verschiedene Stimmen, durch viele verschiedene Ratgeber. Wie gesagt, das eine ist dieses eine Wort. Aber die vielen Leute, die es aufgeschrieben haben, die es weitergegeben haben, ja, auch Prediger, die das weitergeben, das Wort. Verschiedene Ratgeber geben das eine Wort weiter von dem einen wunderbaren Ratgeber. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Und er tut es auf viele verschiedene Arten und Weisen. Jesus hat verheißen, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Er wird euch alles lehren. Er wird euch leiten. Der Heilige Geist ist so ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Er selbst in unserer Mitte, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Gemeinschaft. Und er wirkt auch durch Träume, durch Visionen, spricht der Heilige Geist in dein Leben hinein und leitet dich und gibt dir Rat. Aber Geschwister, es ist, wisst ihr, wir als Christen, wir sind manchmal so verführbar in unserem Fleisch. Ja, wir wissen, okay, Gott will uns leiten. Ja, wir wollen ja den Willen Gottes tun. Ja, wir wissen, dass wir Rat brauchen. Okay, ich frage Gott mal. Und dann mache ich so. Was steht denn hier? Ja, es steht ganz gut, das hier. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Ja, gut. Gutes Wort. Wisst ihr, diese Methode, manchmal spricht Gott auf solche Weise in unser Leben hinein. Wir suchen nach einem Wort, nach einem Wort Gottes, was uns ermutigt, was uns Wegweisung gibt. Aber Geschwister, manchmal suchen wir mit der falschen Motivation. Wir haben schon unseren Plan. Und wir suchen eigentlich nur noch Gott, dass er uns einen Heiligenschein gibt für unser Tun. Wir sagen, okay, Gott, ich habe meinen Plan. Wir sagen das nicht so offen, aber Herr, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Das und das. Und dann suchen wir irgendwo ein Wort raus, das das bestätigt, was wir eigentlich in unserem Herzen schon vorgenommen haben. Wir spielen mit dem allmächtigen Gott. Was machen wir da? Gott lässt sich finden von denen, die ihn mit ganzem Herzen suchen. Aber er widersteht den Hochmütigen, denen, die in ihrem Herzen nicht ehrlich, nicht wirklich Gottes Rat, Gottes Wegweisung suchen. Da verschließt sich Gott. Er lässt einen Menschen dann einfach gehen. Wir sehen es bei Biliam, wisst ihr, dieser Prophet. Malak, der König der Midianiter, hatte ihn angeworben, um das Volk Israel zu verfluchen. Und Gott hatte zu Biliam gesprochen und hat gesagt, geh nicht. Aber Biliam wollte so gerne gehen. Er wollte so gerne gehen. Und dann hat er das Ganze so hin und her gewogen und hat nochmal hin und her das bewegt. Aber er ist ja doch gegangen. Und Gott hat einem Engel ihm entgegengestellt, dass er nicht weitergeht. Und sein Esel hat ihn gesehen und ist ausgewichen vor diesem mächtigen Engel, der Widerstand leistet. Aber Biliam hat ihn nicht gesehen und hat seinen Esel gestraft, dafür, dass er immer vom Weg abbiegt. Und dann hat der Esel zu ihm gesprochen. Ein guter Ratgeber, oder? Manchmal kann auch ein Esel ein guter Ratgeber sein. Gott hat so viele Möglichkeiten zu sprechen. Aber hier wird uns empfohlen, zieh viele Ratgeber zu Rate. Nimm nicht einfach nur ein Wort, sondern höre den ganzen Ratschluss Gottes. Lerne den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Lerne Gott den wunderbaren Ratgeber kennen und seinen ganzen Rat. Nimm dir nicht nur einfach irgendwelche Rosinen raus aus dem Wort, sondern lerne das ganze Wort kennen, den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Wenn du das in dich aufnimmst, dann wirst du Licht haben auf deinem Weg. Das ist die Verheißung, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Dann sehe ich, schalt doch die Taschenlampe an, wenn es zu dunkel ist auf deinem Weg, wenn du orientierst, dann schalt doch die Taschenlampe an. Schlag das Wort auf. Lies darin, lerne Gottes Ratschluss kennen und du wirst fündig werden. Da sind so viele Perlen drin verborgen. Du kannst so viel heben, Schätze heben, Schätze der Weisheit, wenn du da tief gräbst. Gott will dir das schenken. Aber er hat seinen Geist nicht nur in dich gegeben. Er hat durch seinen Geist nicht nur dieses Wort inspiriert, sondern er hat seinen Geist auch ausgegossen auf seine Gemeinde, auf deine Geschwister. Und deswegen ist es gut, in schwierigen Fragen, in schwierigen Problemfeldern, sich mit seinen Geschwistern zu besprechen. Geh nicht zum weltlichen Ratgeber, weil die haben eine ganz andere Lebensperspektive. Ja, die haben vielleicht Ahnung, das sind Experten auf ihrem Gebiet, aber ihr Ziel ist ein ganz anderes als das, was wir haben. Unser Ziel ist es, Gott zu verherrlichen, seinen Willen zu tun. Ein weltlicher Pädagoge, ein weltlicher Psychologe, ein weltlicher Experte, der weiß meistens nicht viel über den Willen Gottes. Aber wenn du einen Bruder hast, eine Schwester hast, die gereift ist im Herrn, die mit dem Herrn geht, die seinen Ratschluss verinnerlicht hat, da kannst du sicher sein, dass du guten Rat bekommst. Ein Rat, der letztendlich der Rat deines Vaters im Himmel ist, des wunderbaren Ratgebers, ein Rat des Heiligen Geistes. Und dann ist es auch gut, nicht nur einen Bruder oder eine Schwester zu fragen, weil es geht nicht um diese einen Bruder oder diese eine Schwester, denn das ist nicht ihre Weisheit, sondern es ist die Weisheit Gottes, die dir gegeben wird. Und gerade wenn du zwei oder drei Zeugen hörst, wird eine Sache bestätigt. Dadurch fügt sich das Bild zusammen und du merkst plötzlich, ja, das passt alles zusammen. Das, was ich in der Bibel lese, das, was mir der Heilige Geist in meinem Inneren sagt, das, was Bruder XY sagt, was Schwester XY sagt, was ich in der Predigt gehört, das passt alles zusammen. Es fügt sich alles zusammen und ich erkenne den Willen Gottes und weiß, welchen Weg ich gehen soll. Es ist ganz fundamental wichtig, dass wir nicht dumm sind, sondern den Willen des Herrn erkennen, so sagt Paulus das in Epheser 5. Und den Willen des Herrn zu erkennen, das kommt daher, dass wir viele Ratgeber zu Rate ziehen, aber nicht irgendwelche, sondern diejenigen, die letztendlich angeschlossen sind, durch die der wunderbare Ratgeber wirkt und spricht. Ein wunderbares Beispiel möchte ich nochmal geben, Apostelgeschichte 16. Das ist mir irgendwann mal aufgegangen, diese Stelle, und ich habe sie vielleicht auch ein, zwei Mal schon vorgelesen, aber ich lese sie nochmal vor in diesem Zusammenhang. Apostelgeschichte 16. Es geht um Paulus. Wisst ihr, und wenn wir zu einem Bruder aufschauen, dann ist es Paulus. Ein Mann voller Geist, voller Weisheit, auch voller Vollmacht und Kraft. Und ja, wir nehmen es ihm ab. Wir sagen, ja, Paulus, du hast recht, wenn du sagst, folg mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ja, das will ich machen. Ich will von dir lernen, Paulus. Du bist ein guter Lehrer, weil du von Gott eingesetzt bist, weil du von Gott bevollmächtigt bist, weil Christus so einen großen Raum in deinem Leben, in deinem Herzen einnimmt. Und wir denken, ja, Paulus, das ist einer, der braucht keine Ratgeber. Der ist so eng mit Gott verbunden, der weiß immer, was der gute Rat ist. Und dann lesen wir hier in 16, Vers 6, er ist unterwegs mit seinen Brüdern Silas und Timotheus. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorüberzogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Also irgendwie hört sich das so an, boah, die sind so verbunden mit dem Heiligen Geist, die wissen ganz genau, also die wollen irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen, aber der Heilige Geist, der leitet sie oder verhindert bestimmte Dinge. Die sind so angeschlossen, die wissen ganz genau, was Sache ist. Die brauchen keinen Ratgeber. Jetzt sind sie in Troas und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Interessant an dieser Stelle ist, also Paulus hat so eine wunderbare Eingebung, eine Vision. Der Heilige Geist spricht so deutlich und wir denken so, boah, ja, jetzt ist doch klar. Und so mancher Leiter, christlicher Leiter würde sagen, okay, ich habe eine Vision gehabt, Brüder, wir sollen nach Mazedonien gehen. Lass uns aufbrechen. Und die Brüder hätten gesagt, okay, Paulus, ja, machen wir. Aber was macht Paulus? Er berät sich mit seinen Brüdern. Hier steht nicht, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, weil Paulus sagte, dass Gott uns gerufen habe. Nein, da wir schlossen, hier habe ich eine Erscheinung vom Herrn. Paulus hat eine Erscheinung vom Herrn. Und was macht er? Er teilt diese Erscheinung mit seinen Brüdern. Mittlerweile ist auch Lukas dabei. Hier steht wir. Also Lukas ist hier Augenzeuge. Und er sagt, wir schlossen daraus. Das heißt, er hat sich mit seinen Brüdern beraten. Hey Brüder, was haltet ihr davon, von dieser Erscheinung? Was denkt ihr darüber? Und sie haben miteinander darüber geratschlagt, was das bedeuten könnte, diese Erscheinung. Ist das ein Ratschluss Gottes? Ist das eine Wegweisung Gottes für uns? Und sie haben miteinander beraten und zusammen beschlossen, ja, das ist der Rat Gottes für uns, jetzt für unseren Weg. Wisst ihr, Paulus war so demütig, sich zu beraten mit seinen Brüdern. Er hat nicht einfach alleine beschlossen, so jetzt hier geht es lang. Sondern er hat mit seinen Brüdern gesessen und hat mit ihnen das bewegt und hat geglaubt und vertraut, dass der Heilige Geist auch in seinen Brüdern wirkt und spricht. Wir sollen nicht hochmütig sein und meinen, wir wissen alles. Auch nicht spirituell hochmütig, geistlich hochmütig, dass wir sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich habe niemanden nötig. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen über seine Gemeinde und Paulus erklärt uns das in 1. Korinther 12, dass jeder unterschiedliche Gaben hat, aber nicht jeder hat alle Gaben. Und deswegen hat einer ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, aber vielleicht bist du es nicht. Du hast in einer bestimmten Situation nicht das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis. Du weißt nicht, wo es lang geht. Aber Gott gibt durch seinen Geist deinem Bruder, deiner Schwester dieses Wort. Und wenn du in deiner Not, wo du nicht weißt, wo es lang geht, dich demütigst und deine Ratgeber, deine Geschwister zur Beratung heranziehst, und zwar nicht diejenigen, die dir nach dem Mund reden, die dir eigentlich nur das sagen, was du hören willst, sondern die geistlich reifen Geschwister, die tief gewurzelt sind im Wort Gottes, die einen guten Wandel mit Jesus über viele Jahre gezeigt haben. Wenn du sie zurate ziehst, du wirst etwas hören von dem Ratschluss Gottes, von dem, was Gott uns als wunderbaren Rat gegeben hat. Und das ist vielleicht nicht das, was du hören möchtest, aber es ist das Richtige und das Gute. Wenn du es ernst meinst mit Gott, dann solltest du das machen. Gott hat seinen Geist gegeben, damit wir einander dienen, damit wir einander lieben. Gott hat nicht jeden Einzelnen als Einzelchristen so gemacht, dass er alles weiß und alles kann, sondern wir sind schwach, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Begrenzungen und Schwächen, damit wir einander lieben, weil dadurch sind wir Zeugen für Jesus. Wenn ihr einander liebt, dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lass uns also in Demut leben und diese Hilfe annehmen, diese Hilfe suchen, auch im Rat geben, und zwar bei Jesus, zuallererst bei Jesus, beim Heiligen Geist, aber dann auch zu wissen, okay, der Heilige Geist wirkt in seiner Gemeinde. Okay, weiter geht's in Sprüche 15, Vers 23. Ein Mann hat Freude an der treffenden Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit wie gut. Ich musste denken an die Situation, wo man in der Schule, ich weiß nicht, jeder von euch kann sich vielleicht noch erinnern an solche Situationen, auch wenn man vielleicht keine konkrete Situation vor Augen hat, aber man hat so ein Gefühl dafür. Du bist in der Schule, kannst dich noch vielleicht erinnern, manche sind ja auch noch in der Schule, stell dir vor, du sitzt im Klassenraum und der Lehrer ruft dich auf. Du hast dich nicht gemeldet, du hast vielleicht auch gerade gar nicht aufgepasst und weißt nicht, was der Lehrer für eine Frage gestellt hat und du wirst aufgerufen und sollst Antwort geben. Ich habe noch nicht mal die Frage verstanden. Können Sie bitte die Frage noch mal wiederholen? Schlecht, schon mal ganz schlecht. Aber wenn du die richtige Antwort sagen kannst in so einer Situation, ist doch eine Freude, oder? Ich konnte antworten. Lass uns mal 1. Petrus 3 aufschlagen. Petrus schrieb diesen Brief an Geschwister, die sehr stark verfolgt wurden und die es ständig, immer wieder erlebt haben und das ist ja noch viel schlimmer als in der Schulklasse mit einem finsteren Lehrer. Nein, es gibt auch noch viel schlimmere Situationen, wo Geschwister verfolgt wurden und wo der Staat hinter ihnen her war, wo die Polizei sie hops genommen hat. Ali kennt diese Situation, in Iran zum Beispiel. Und du wirst verhört. und du wirst ausgefragt. Und du sollst Antwort geben. Und Petrus, wie gesagt, schreibt an die Gemeinde, die das erlebt, diese Verfolgung, dieser Druck. Und er sagt in 1. Petrus 3, Vers 13, Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifere des Guten geworden seid? Also erstmal vorweg, du brauchst dich eigentlich gar nicht zu schämen für das, was du glaubst und was du lebst, denn du eiferst nach dem Guten. Wer sollte dir da irgendeinen Vorwurf machen? Du brauchst keine Angst zu haben und dich zu schämen, wenn irgendwer dich über deinen Glauben und über dein Leben befragt. Du kannst frank und frei antworten, denn du hast nichts, wofür du dich schämen musst. Dass ich an Jesus glaube, dass du an Jesus glaubst, ist kein Grund, dich zu schämen. Die Leute wollen euch das einreden. Die Welt will dir das einreden. Der Satan will dir das einreden. Aber es ist nicht so. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir glauben etwas Wunderbares. Es gibt keine bessere Botschaft. Es gibt keinen besseren Herrn. Das ist die Liebe Gottes in Person. Die Gnade und Barmherzigkeit. Vergebung für alle Sünden. Ewiges Leben. Ewige Freude. Ewigen Frieden. Liebe untereinander. Was ist denn das? Das ist doch nichts, wofür wir uns schämen müssen. Das ist doch was Gutes. Paulus sagt, wer wird euch Böses tun, wenn ihr eifrig des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet. Es gibt tatsächlich dieses kranke, Finstere in dieser Welt, wo die Welt damit nicht zurechtkommt, dass wir das Gute lieben und dem Guten nacheifern. Weil der Fürst dieser Welt ist der Satan, der das Gute nicht mag, sondern das Gute hasst. Und deswegen werden wir damit konfrontiert werden, dass wir tatsächlich Gegenwind bekommen, obwohl wir nichts Böses tun, obwohl wir Gutes tun, obwohl wir dem Guten nacheifern. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. An anderer Stelle erklärt Petrus das, dadurch sind wir Jesus noch näher. Wir teilen seine Leiden. Auch er hat so gelitten. Und wir werden Lohn empfangen. Es wird uns vergolten werden im Himmel. Wir werden gesegnet sein. Auch wenn wir eine Zeit lang leiden, werden wir die Herrlichkeit Gottes erben. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Das ist der Schlüssel. In euren Herzen soll Jesus der Herr sein. Euer Ein und Alles. Der König, der Herr. Er ist heilig. Er ist unantastbar. Er ist die Nummer eins meines Lebens. Das ist der Schlüssel. So kannst du bestehen in dieser schwierigen Situation, wenn du gefragt wirst. Wenn du auf dem falschen Fuß erwischt wirst und Jesus nicht die Nummer eins in deinem Leben ist, ja, dann ist es peinlich, über deinen Glauben befragt zu werden. Ja, dann fällt dir nichts ein. Dann stammelst du rum und eierst rum. Warum? Weil Jesus gar nicht die Nummer eins ist, die er sein sollte. Du sprichst von einem Glauben, der sein sollte eigentlich in deinem Leben, aber der gar nicht ist. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen heilig hältst, wenn er die Nummer eins ist, wenn du begeistert bist von Jesus, dann hast du auch keine Angst und keine Scham, von ihm zu erzählen und zu antworten, wenn du gefragt wirst. Weil du überzeugt bist von Jesus. Wie der Typ mit dem Ratgeber und seinem grünen Daumen Ratgeber. Das ist das beste Buch, was du haben kannst. Hier, nimm mal, lies mal so. Hey, ich habe den besten Herrn, den es gibt. Halte den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Ja, das ist diese Bereitschaft, Antwort zu geben. Und diese Bereitschaft steigt. Je mehr du Jesus in deinem Herzen heilig hältst, desto mehr steigt die Bereitschaft, von ihm zu sprechen, von ihm zu reden, Antwort zu geben auf diese Fragen, die kommen. Aber geht es euch nicht auch manchmal so? Da fragen so wenig. Es ist manchmal enttäuschend. Es ist manchmal bitter zu sehen, dass die Leute so wenig fragen. Ich habe ein schönes Erlebnis im Urlaub gehabt. Da war ich mit meiner kleinen Tochter Susanne unterwegs, irgendwie in meiner Heimatstadt. Und da komme ich an diesem Haus vorbei und denke so, wohnt da noch meine alte Grundschullehrerin? Und dann gucke ich danach, ja, tatsächlich. Ihr Name steht an der Tür und die Tür ist sogar offen. Da läuft so ein kleiner Purgs rum, wahrscheinlich ihr Enkel. und ich höre sie da irgendwie in der Küche was machen und dann klopfe ich an und sage, hallo und so weiter und so weiter. Sie kennt mich noch und wir sitzen da noch zusammen und haben echt eine gute Zeit. Und Susanne meint, ja, ich will morgen wiederkommen. Sie hat ja auch eine super Art, mit Grundschulkindern umzugehen, eine ganz tolle Pädagogin irgendwie. Und wir haben uns echt super unterhalten, habe ihr ein bisschen erzählt, sie hat erzählt. Ja, und dann kam mein Vater und dann wollten wir irgendwie weitergehen. Sie war müde, sie wollte ein bisschen ausruhen. Aber dann sagte sie, kurz bevor wir uns verabschiedet haben, meinte sie noch so, ich hatte auch erzählt, dass ich jetzt Pastor bin und sie sagte so, ja, also das würde mich wirklich nochmal interessieren. Ich glaube, es hängt ein bisschen mit ihrer Verwandtschaft zusammen. Genau, das war eigentlich der Punkt. Ihre Schwester, ich weiß nicht, warum, das müsste ja eine alte Frau sein, aber sie heiratet wohl nochmal oder zum ersten Mal, weiß ich nicht, und wohl irgendwie christlich so. Also es hörte sich, irgendwas war wohl so ein Anstoß in der Familie und sie meinte so, ich verstehe das mit dem Christentum nicht. Können Sie mir das mal, kannst du mir das mal, mir mal mehr darüber erzählen, irgendwie so. Ich komme damit nicht klar, dass der mit für meine Schuld jetzt gestorben ist. Ich muss doch selbst für meine Schuld irgendwie einstehen und ja, an Gott glaube ich ja irgendwie, aber naja. Und also sie sagte so ein paar Sachen, aber es war nicht die Zeit, jetzt darauf einzuhören. Es war so eine Steilvorlage. Ich hätte mir so gewünscht, dass da die Zeit und die Möglichkeit da gewesen wäre, jetzt Dinge tatsächlich zu erzählen, aber es war nicht die Möglichkeit da und wir haben uns dann verabredet, dass ich dann mal wiederkomme und ich bete auch dafür, dass dieses Treffen zustande kommt. Aber es ist so selten, dass Leute so direkt, so offen mal einen fragen, oder? Und manchmal liegt es einfach daran, dass die Herzen so hart sind, so verhärtet sind von den Leuten. Die sind so satt, die sind so zufrieden, die brauchen Jesus nicht, die suchen Gott nicht. Die haben keine Fragen. Aber Geschwister, manchmal ist es auch so, dass die Leute nicht fragen, weil sie an unserem Leben keinen Unterschied sehen. Es gibt keinen Grund, uns zu fragen. Sie spüren und merken nicht etwas von der Hoffnung, die in uns ist. Sie sehen nicht den Unterschied. Sie werden gar nicht drauf gebracht, zu fragen. Warum sollte ich jemanden über sein Leben, über den Sinn seines Lebens, über die Hoffnung, die in ihm ist, fragen, wenn ich das gar nicht wahrnehme in seinem Leben, dass da eine ganz andere Hoffnung sein Leben bestimmt, als bei mir. Deswegen bereit sein, zur Verantwortung heißt, auch ein Leben zu führen. Und das heißt, dass den Herrn Christus heilig zu halten, in meinem Herzen ist, mit ihm und für ihn mein Leben zu leben. Und dann entstehen auch Fragen bei meinen Mitmenschen. Und dann bereit sein, darüber zu reden, den Mund aufzumachen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich weiß dann aber doch nicht, was ich sagen soll. Und das ist alles so schlimm. Ich bin so schüchtern. Ich kann nicht reden. Kennt ihr jemanden, der das gesagt hat, irgendwie in der Bibel? Ihr seid in guter Gesellschaft. Mose hat das auch gesagt. Und was hat Gott geantwortet? Er hat gesagt, ich bin mit dir. Und ich werde die Worte in deinen Mund legen. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat genau dasselbe gesagt. Wenn ihr vor die Gerichte kommt, wenn die Leute euch befragen, selbst unter Drucksituationen, Verfolgungssituationen, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr müsst euch auch nicht vorbereiten, ihr müsst kein Skript schreiben, irgendwie. Ihr müsst euch nicht irgendwas zurechtlegen. Nein, der Heilige Geist wird euch die Worte geben, eingeben, die ihr dann sagen sollt. Und das bedeutet auch, den Herrn Christus in meinem Herzen heilig halten heißt, im Vertrauen auf den Heiligen Geist zu leben und zu glauben, dass er das tun wird, was er gesagt hat. Und dann den Mund aufzumachen. und selbst wenn ich stotter, selbst wenn meine Worte so schwach sind, Gott liebt es, durch schwache Gefäße große Wunder zu tun. Lass dich nicht einschüchtern vom Satan, sondern sei mutig und stark, sei bereit zur Verantwortung. Und es fängt damit an, dass du den Herrn Christus in deinem Herzen heilig hältst. Dann kannst du Antwort geben und dann ist das eine Freude. Geschwister, wer kennt das auch? Wenn du Zeugnis geben kannst, wenn du von Jesus erzählst, wenn du das Evangelium weitergibst, ist das nicht eine große Freude hinterher? Echt? Man denkt so, oh, ich bin dieser ganzen Hoffnung, die ich in mir habe, ich habe sie ausgesprochen und dadurch ist sie mir nochmal neu groß geworden. Und ich freue mich an dieser Hoffnung, die ich habe, die Gott mir geschenkt hat. Es ist so ein großes Geschenk, dieses Evangelium, diese Hoffnung, dieses Leben, was wir haben. Und ich will abschließen mit im Vers 24, der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol unten entgeht. Und ich will jetzt gar nicht so viel zu dem Vers sagen, weil die Zeit ist abgelaufen, aber wir springen einmal nur zum Abschluss. In Philippa Brief, Kapitel 3, lesen wir ein paar Verse dazu. Wisst ihr, wir haben eine Hoffnung, die geht, die ist so groß, die ist so herrlich. Das Leben der Menschen ohne Gott endet im Verderben. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Adam, du musst sterben, weil du das Gebot übertreten hast. Und wir alle müssen sterben. Und unser Leib ist gezeichnet von diesem Sterben. Je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Woran erkennst du, welches Lebensalter eine bestimmte Gruppe von Leuten hat, die miteinander irgendwie sprechen? Daran, dass sie über ihre Krankheiten und über ihre Arztbesuche reden. Das sind diejenigen, die schon etwas weiter fortgeschritten sind im Alter. Die dem, der Verwesung etwas näher sind als die anderen. Entschuldige bitte, dass ich das so hart sage, aber es trifft uns alle. Es betrifft uns alle. Paulus spricht in Philippa 3 von dem Leib der Niedrigkeit. So schön und stark du vielleicht auch bist, weil du hier irgendwie in die Muckibude gehst und deinen Körper pflegst und gesund dich ernährst. Oh, du hast so einen schönen, wunderbaren, herrlichen Körper und das ist das, was Gott ja am Anfang gut geschaffen hat. Aber trotzdem, in diesem Körper lauert die Verwesung, lauert das Verderben. Es ist ein Leib der Niedrigkeit, weil er vergehen wird. Es ist ein vergänglicher Leib. Philippa 3, da steht in Vers 17, Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ein Einsichtiger, einer, der sich von Gott korrigieren lassen hat, der sich auch von Gott in seinem Leben korrigieren lässt, der sich führen und leiten lässt, von Christus, der den Herrn Christus in seinem Herzen heilig hält. Lasst uns ihm miteinander, mit ihm zusammen, Jesus nachfolgen. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sind. Ihre Ziele sind irdisch und deswegen werden sie vergehen. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir sagen immer, Jesus Christus ist mein Retter. Er hat mich gerettet. Aber hier steht, er wird mich retten. Wir erwarten ihn. Jesus kommt wieder. Erwartest du ihn? Erwarten wir ihn? Er kommt wieder. Um uns zu retten. Wovor? Wovon? Hier steht es in Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Das Wunder der Auferstehung beziehungsweise der Umgestaltung bei der Entrückung. Dieser Leib, so schön und herrlich er vielleicht sein mag, er ist nichts im Vergleich zu dem wunderbaren, herrlichen Auferstehungsleib. Wir sehen Jesus am Kreuz. Er hat ja dieses Elend durchlebt und durchlitten. Sein Leib war zermatert, war zerstört, kaputt und seine Organe haben versagt und alles ist zusammengebrochen. Das ganze Leben ist zusammengebrochen. Er hat den Atem ausgehaucht. Und dann war kein Leben mehr in ihm. Er war tot und wurde ins Grab gelegt. Aber am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt von den Toten. Er ist auferstanden. Sein Leib wurde umgewandelt. Und er hatte einen neuen Leib, sodass er nicht zu erkennen war. Das, was erkennbar war an ihm, waren die Wundmale. die hat Gott gelassen in seinem Auferstehungsleib, damit er erkennbar war, damit zu erkennen ist, welche Liebe er für uns hat. Solch ein Leib der Herrlichkeit hat Gott für dich vorbereitet. Diese Hoffnung haben wir, dass mit diesem Leben nicht alles aus ist. Dieser ganze Prozess des Älterwerdens und immer mehr Krankheiten und immer mehr Arztbesuche und dann irgendwann Organversagen. Das ist nicht das Ende. Gott schenkt uns eine Auferstehung. Jesus kommt wieder und er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten in seinen Leib der Herrlichkeit. Was für eine Hoffnung. Und dann kann ich ganz anders mit den Krankheiten umgehen als die Leute da draußen. Dann habe ich diese Hoffnung in mir. und die Leute fragen, warum bist du eigentlich so gelassen bei all dem, was du da durchgehst? Ich weiß, das ist nicht alles. Am Ende wird Gott mir einen ewigen, herrlichen Leib schenken. Ja, ich leide Schmerzen, es tut weh, es ist anstrengend. Ich habe meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, aber das ist nicht alles. Es ist nicht das, was mich zuallererst und vor allen Dingen bestimmt, sondern das, was mich bestimmt, ist die Hoffnung, die ich habe. Denn mein Herr hat eine wirksame Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Leben führt nach oben. Jesus, wir danken dir dafür, für diese großartige Hoffnung, die du uns gegeben hast. Herr, wir wollen dich heiligen in unserem Herzen, dir die Ehre geben. Du bist würdig, wir wollen uns freuen auf deine Wiederkehr und sehen uns danach. Komme bald, Herr Jesus. Amen.